Aufschwung für uns geben. So, jetzt muss ich Filz lesen. Berlin. Da freue ich mich. 40 ist mir scheißegal. Andorff war richtig 11, ja? Es wäre ja jetzt zwei Töne mit einem Trailer hinten dran gewesen, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Ein schöner Mann, immer ein Truck, so einen werde ich mir auch gleich kaufen. Und dann noch einen Typen einstellen. Ach, scheiße, so einen fetten Mann Truck kann ich mir ja noch gar nicht kaufen. Ich muss hier noch Level aufsteigen. Ach, kacke. Ja, dann muss der Kleine auch erstmal reichen. Hauptsache, wir verdienen erstmal Geld. Mehr Geld. Das wollte ich gar nicht. Hier, da ist ein bisschen Geld, was wir noch haben. Oh. Wie, wir können auch Minos Geld. Kacke, wir können... Was? Zieh, am Post. Auch Manu. Ich wollte gar kein Minos Geld haben. Keine Schulden. Ich wollte genau für 13 Euro tranken. Manu. Ich wette, die Bank hat mir geschrieben. Wir können ihnen helfen. Ich wollte direkt im 12. schalten. Sind wir jetzt eigentlich bald mal hier in Berlin. Jo. Schon wieder Post. Da stand nicht Berlin. Leipzig, Erdfurt, Erdfurt. Hier muss ich abbiegen. Erdfurt. Ich möchte nicht nach Erdfurt. Erdfurt natürlich. Ich bin mir nicht so sicher, ob der hier nicht doch nochmal bremst. Wir fahren nur dem BMW mal lieber hinterher. Und es ist schon fast 3 Uhr. Vor knapp einer Stunde wollte ich eigentlich aufhören. Aber okay. Das heißt für euch vor fast 4 Let's Plays. Hat der super funktioniert. Hat der super funktioniert. Jetzt ist er schneller als wir. Berlin. Nochmal Berlin. Oh wie oft gibt es hier Berlin. Oh warte, wie darauf. Berlin. Unglaublich. Oh Das Wort fährt Schalten Ich musste gerade auf die Musik im Radio achten Sie sind aufgestiegen auf Level 8 So war ich ne Strecke hier gefahren drin Die wohl etwas länger ist Also insgesamt Strecke All I want is to be left alone In my average But why do I always feel Like I'm in the twirling zone I always feel Somebody's watching me And I'm on the rocks I wanna know Cause I'm on the rocks I wanna know I wanna know I wanna know But why do you feel I wanna know I can't wait Doch, verfüge ich aber gleich. 400.000 Zinssatz, 12%, 18%, 35 Tage, 70 Tage, 1912% Zinssatz, das ist günstiger, sogar. Sie erpasst. Ja, möchte ich kaufen. Aber der sagt mir, ich verfüge nicht über die Mittel. Anscheinend ja schon. Ja, möchte ich kaufen. Ich hab eine Garage, eine zweite. Geil. Na, 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 na. Ja, Fick. Ich weiß. Gut. Ach, jetzt geht hier auf diesen Hof wieder die 3 nicht. Muss ich wieder mit der 2 fahren. Ach, feststellen, dann haben sie aktiviert. Boah. Ach kacke. Geil. Was? Da war was? War doch gar nichts. Ach, das Tor ging dazu. Jo. Ach. Okay, Leute. Das mache ich gleich. Ich mache einen ganz kleinen Cut, aber komm gleich wieder. Ich mache, ich erledige nur kurz was. Also bis gleich. Und wieder da. Ähm. Ich würde sagen, ich fahr mal zum Händler. Juuu. Gut, hier kommt nix. Doch, jetzt. Ist das so ein Iveco oder was das ist? Glaub ich auch. Oh kacke, falsche Straßenseite. Äh. Ach, scheiße. Scheißendreck. Hier müssen wir hin. Ne, wir sind hier vom Renault Händler. Sondern hier vom, ich glaube das ist deutsch, deutschen MN Händler. Oder amerikanisch, keine Ahnung. Sogar ein schön großer Händler. Gut, ne, der nicht. 480p ist auch kacke. Er ist am Level zwölf, zwölf, zwölf. Zwölf. Auch er ist am Level zwölf. 16. 14. 14. 14. Auch 14. Auch 14. 13. 12. Für die wie viel hat denn unser das war hier der Zustand 1800 100 so dringemoment 1800 Newtonmeter 380 PS 1800 Newtonmeter 380 PS nach Himmel das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja dann möchte ich gerne Ja, möchte ich gerne aufsuchen. Laden. So. Den möchte ich gerne haben, ist aber er ist auf Level 14 verfügbar. So. Prozent. So. Mh. Mhm. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ja, Matt from Garner. Ja, Matt from Garner.